hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar wisst ihr ja dass meine älteste tochter suizid gedanken hatte als sie vom amtsrichter dr marcus bühler vom familiengericht in ulm damals 2017 zurück zur mutter geschickt wurde weil nämlich die älteste tochter eigentlich im wechselmodell leben wollte und es stellt sich nun die frage ob den herr dr marcus bühler der familienrichter und absichtlich die anderen drei kinder bei der mutter lässt wohl wissen dass die ja eigentlich auch das wechselmodell wollen das haben sie ihm oft genug geschrieben und treibt der herr dr marcus bühler hier drei kinder in den suizid in unserem fall ist es ja so dass die gerichte auch der herr dr marcus bühler behaupten ich würde unsere kinder schädigen wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede das ist alles gelogen von allen den richtern die das beschlossen haben das ist mittlerweile klar da gibt es keine zweifel dran vielleicht kann man bei dem einen oder anderen richter bei dem am olg sagen sie hätten es nicht vermuten können aber auch da gibt es hinweise dass ganz bewusst alles ignoriert wurde was darauf hinweist dass es eben nicht so ist wie vom gericht behauptet und der herr dr marcus bühler dessen website ihr hier seht der hat das ganze angefangen im oktober 2018 diese lüge dass ich die kinder schädigen würde wenn ich mit ihnen das wechselmodell rede also die erziehung der darin gleichberechtigung es war immer der wille der kinder und das hat auch ende mai 2017 die älteste tochter einem psychologen gesagt bei dem ich war weil die tochter suizid gedanken hatte und der hat schriftlich festgehalten dass die älteste tochter das wechselmodell will und der herr dr marcus bühler weiß dass die älteste tochter die suizid gedanken hatte sie lebt seit mai 2019 bei mir also zwei jahre später sind noch mal geflohen und ich habe dann alles gemacht damit sie nicht mehr zurück muss und sie darf jetzt hier bei mir leben das hatte herr dr marcus bühler entschieden umso unverständlicher bleibt warum hat die anderen drei kinder weiterhin bei der mutter belässt und sie nicht mich sehen lässt frei bei mir zuhäusern immer noch an diesem völlig unsinnigen begleitenden umgang festhält und der herr dr marcus bühler muss sich doch fragen wenn das eine kind suizid gedanken hatte weil es zurück zur mutter sollte was ist mit den drei kindern die jetzt bei der mutter leben ihren vater gar nicht sehen der mutter ausgeliefert sind und er weiß dass die mutter und ihr umfeld psychische gewalt auch körperliche gewalt gegen die kinder anwenden und er tut nichts er bleibt untätig tatenlos im gegenteil macht beschlüsse die die drei kinder wehrlos bei der mutter belassen will er wirklich dieses risiko eingehen dass die anderen drei kinder suizid gedanken haben und dann vielleicht auch mal ein suizid begehen ich glaube ihm ist nicht klar dass kinder auch suizid begehen und man meistens denkt es sei ein unfall gewesen aber diese gefahr besteht ich rufe den herrn dr marcus bühler auf dass er endlich mit diesen lügen aufhört am amtsgericht ulm und endlich der wahrheit ins auge schaut und den tatsachen und alles tut dass unsere drei kinder geschützt werden vor der mutter und dem umfeld danke fürs zuschauen und falls du über neue videos informiert werden willst dann klicke auf das abonnieren auf den button und aktiviere die glocke dann bekommst du eine benachrichtigung auf youtube über alle neuen videos falls du einen eigenen fall hast über den wir berichten sollen schreibe an info at freifam.de und wir machen das gerne und wie du spenden kannst erfährst du jetzt im abspann danke nochmal fürs zuschauen und tschüss